Hallo, ich habe gerade meinen Selfie-Stick zerstört, deswegen hoffe ich, dass die Handykamera stabil bleibt. Solange das gewährleistet ist, möchte ich gerne meine Filmempfehlungsreihe für den Kino-Watt-Club vorstellen mit dem Titel Heimatschmerz. Der Titel deswegen, weil ich mir denke, man muss nochmal verdeutlichen, dass ich glaube, jeder Film aus der Reihe totalhäutig ist und uns auch alle etwas angeht. Da fällt mir jetzt gleich zuerst ein Tierische Liebe von Ulrich Seidel, ein großartiger Film, ein Blick in den Abgrund Österreichs, ein Blick in die Hölle. Auch ganz fantastisch, ein Dokumentarfilm, ziemlich neu, Kleine Germanen, auch ein ganz fantastischer, wichtiger Film. Dann Slumming, Joy, alles wunderbare Werke, die irgendwie ganz tief mit Österreich und mit unserer Selbstwahrnehmung irgendwie gekoppelt sind. Und dann schlussendlich natürlich auch noch Der Taucher, ein Film, der 2019 erschienen ist. Dafür habe ich ein halbes Jahr trainiert. Dementsprechend hat er auch in die Reihe von Heimatschmerz gefunden. Aber ich habe gerne gelitten. Möchte aber gerne, dass der Film auch mehr gesehen wird. Ist ein bisschen untergegangen, glaube ich. Und das Beste an der ganzen Sache ist, wenn man sich hier jetzt einen Film aussucht bei Kino Watt Club, dass ein Drittel der Einnahmen direkt an den Kino gehen eurer Wahl. Das heißt, ihr könnt euch ein Kino aussuchen, wenn ihr einen Film ausleihen wollt. Und ein Drittel der Leihgebühr geht direkt an das Kino. Ihr wisst ja, die Kinos sind jetzt mindestens bis 7. Jänner geschlossen. Ich denke mal, wahrscheinlich danach auch vielleicht. Hoffentlich nicht zu lange. I don't know. Jedenfalls denke ich, ist das eine ganz gute Sache. Ja, und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Film. Frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gesund. Bleibt tapfer. Schaut Filme oder geht ins Kino.